Anpatzen, anpatzen, anpatzen. Wir kennen seit Jörg Haider, dass das System immer dann Politiker angreift, wenn sie sich auf die Seite der Menschen stellen. Jörg Haider hat das relativ gut auf den Punkt gebracht mit dem Spruch, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Und dasselbe passiert jetzt mit Herbert Kickl. Er hat sich dazu entschlossen, bei diesem System nicht dabei sein zu wollen, sondern sich auf die Seite des Volkes zu stellen. Mit der Bevölkerung einen Schulterschluss zu machen. Aber wenn in einer Redaktion mit Protokoll festgehalten ist im November, dass man gegen das Volksbegehren in allen Jugendsendungen zu Felde ziehen soll, dann verstehen sie, dass wir Freiheitlichen uns wehren müssen. Und genau diesem System den Stecker ziehen, damit endlich wieder das Volk, das heißt ihr, im Mittelpunkt des Handelns der österreichischen Politik steht.